Okay, wir haben jetzt eine ganze Menge über die Voraussetzungen der Regression gehört und bei einigen dieser Voraussetzungen habe ich gesagt, naja, es gibt Daumenregeln, wie zum Beispiel bei der Stichprobengröße in Abhängigkeit von der Prädiktoranzahl oder es gibt nicht unmittelbar prüfbare Voraussetzungen, bei denen wir uns als Wissenschaftler am Ende nur sinnvoll überlegen können, dass diese wahrscheinlich erfüllt sind, wie zum Beispiel bei der Tatsache, dass der Mittelwert unserer Regressionsresidu 0 sein soll. Aber für einzelne der Voraussetzungen, da gibt es tatsächlich mathematische und statistische Prüfungsverfahren. Allerdings beziehen sich diese Prüfverfahren vor allem auf die Eigenschaften der Residuen. Für die meisten dieser Eigenschaften, die wir an Residuen anlegen, gibt es tatsächlich statistische Tests, mit denen wir prüfen können, ob die Residuen, die in unserer Stichprobe tatsächlich aufgetreten sind, die genannten Voraussetzungen erfüllen. Zu nennen sind da zum Beispiel der sogenannte Variance Inflation Factor für die Multikolinearität. Das ist ein statistisches Verfahren, mit dem sich relativ einfach entscheiden lässt, ob in unserer Korrelationsmatrix zu hohe Prädiktorinterkorrelationen vorliegen. Es gibt den Durbin-Watson-Test für die Unkorreliertheit der Residuen. Es gibt den sogenannten Levent-Test für Homoskedastizität. Und schließlich gibt es den Kolmogorov-Smirnov-Test für die Normalverteilung unserer Regressionsresiduen. All diese Tests werde ich hier nur namentlich erwähnen. Ihr merkt euch, dass es die gibt. Wie die genau funktionieren, das schauen wir uns in einem späteren Kurs an. Aber trotzdem brauchen wir jetzt nicht die Köpfe hängen zu lassen, denn es gibt durchaus einige Verfahren zur optischen Prüfung dieser Voraussetzungen. Und das sind spezielle Darstellungsvarianten unserer Daten und unserer Vorhersagewerte, die sich im Rahmen der Regressionsrechnung ergeben. Wie zum Beispiel der sogenannte Fit-Plot des Kriteriums oder der Residual-Plot. Und was das ist, das schauen wir uns gleich an.